Herzlich Willkommen zur 22. Folge von der Nordfriesischen Marsch um der Presse ist jetzt gerade in der Pelletalle die Melasse ausgegangen beziehungsweise es gibt keinen Nachschub mehr, sie hat glaube ich noch was und deshalb fahre ich hier mal ganz kurz zu unserem Lager alias Bäume alias Bäume genau mach ich vielleicht noch die Klappe auf und der Drescher muss entladen werden, kommst du dich da drum oder soll ich noch eine Runde fahren? ich tu gerade noch ein paar Ballen platzieren ach so, ja gut damit die gleich weitergearbeitet werden können wenn die Melasse nachgefüllt ist die Ballengabel gekauft und wir haben schon gesehen, die Stroh Pellet eine Dings, eine Palette Stroh Pellets 3000 ja, also wir mussten eine verkauft, damit wir uns die Ballengabel holen können um das Thumb in der letzten Folge zu schießen vielleicht ist es dem ein oder anderen nicht aufgefallen, dass da der Farmlift mit der Ballengabel drauf war da steht er auch gleich und ich vergleiche ich zerkratze mir erst mal den Lack mit der Ballengabel äh Tobi, andersrum, also Melasse steht er jetzt zwar kein mehr, aber wir haben noch Melasse drin, Wasser fehlt ja, Wasser steht ja noch da ja da sollten ja noch zwei Paletten rumstehen naja, da bräuchte man auch immer wieder Wasser aber da haben wir nichts mehr auf dem Hof naja enthalten nicht, nein an der Wasser, es war auch noch gut gefüllt das war Stroh, was noch fehlt, was fehlte du kannst ja einfach da stehen lassen, es geht durch die Wand durch ja, danke für die Palette, Melasse gern geschehen kann ich eigentlich mit dem ich meine, der hat ja Offroad, also eigentlich könnte ich auch auf einem Feld fahren ich denke ich will mal gucken, ob ich das nochmal hinkriege ich finde, ich finde diese Halle so gut, die passt so perfekt hier einfach so eine große Halle da bin ich auch stolz drauf wo dann wird ja einfach alles rein, also wir können die dreifache Menge an Stroh herstellen die passt noch locker, die passt noch stapeln auf die zweite Ebene dann sonst gehöre Stapel, ja klar, drei Ebenen passen über dann noch ich bin mal, ich hab mich mal wieder im Silo versteckt, ne naja, drei Ebenen wird vielleicht nur knapp und auch eine zweite passt obendrauf auf jeden Fall drei Ebenen, aha hast recht das könnte etwas knapp werden so, ich bin gespannt, ob das klappt warum steht eigentlich der Strohpellet, äh, der Pelletanhänger schon wieder so weit vorne äh, so weit hinten ich hab den doch eigentlich mal ordentlich eingeparkt hier ja, du hast den dann aber ausgeparkt, um den Raps zu holen dann sollte ich den wieder einparken, dann hab ich ihn da eingeparkt, weil ich es nicht besser hinbekommen habe erst da einzuparken ja gut oh, 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 ich glaub, das wird nicht gut enden wow, pfff ja, okay, ich koppel das Ding ab ich wollte mit dem Anhänger hier den Dresch abtanken und dem, du weißt schon mh wahrscheinlich könnte ich sogar was hinten rein tun aber ich lass es lieber aber der Drescher steht jetzt natürlich eine Weile rum, das ist natürlich nicht so gut äh, wir müssen schon zwei neue Paletten Strohpellets da jo, ich würde die erstmal einsammeln, äh, einsammeln, ja, einlagern ja, ich würde die in die zweite Hälfte der Halle reintun für Lagerhalle ne, das sind zwei Unterschiede, also die zweite Halle würde ich die reintun so eine Halle für Heupellets und eine für Strohpellets ne, das sind eh, ich kann, äh, klar spezifiziert also der eine ist nur für Heu, der andere nur für Stroh schon mal so beim Kaufen beachten ja, so, dann, äh, ist das sowieso festgeregelt dass hier nur die Strohpellets reinpassen ne, das ist ja über ne Produktion gemacht und in die Produktion kann es ja auch nicht beides reintun ja, verschiedene Sachen ausgeben ist, glaube ich, hier das Problem ach ja schwarzer Mohn kommt da übrigens raus ach so, dass der Mohnpflanzen sonst rauskommt, wenn ich fragen darf weiß ich nicht, irgendwas Helleres keine Sonnenblumenkerne Schlafmohnensaft oder was kannst du Opium herstellen oder wie Leute das ist, ähm ja, die sieht eigentlich voll schön aus Finger weg von Drogen, genau Finger weg von Drogen, die sind voll schön wenn man hier wenn man greift nur zu richtigen nicht zu Opiaten oder anderen Drogen der und die Mondtextur finde ich voll schön ist, ist dunkelblau so, ich würde sagen, während der hier mal überlädt was auch gröschen, wieder fähig ist ähm, schauen wir mal nach Tierhaltung der große Hühnerstall, der sich eigentlich nur lohnt würde 40.000 kosten und die kleine Pferdestall, der, glaube ich, erstmal reicht für acht Pferde reicht eigentlich vollkommen was man kann die mit Heupellets füttern äh, nicht füttern, aber okay man kann da Heupellets reintun, wie geil ist das denn das wusste ich gar nicht man kann, man, man kann die mit Heupellets einstreuen ja ja, okay die sind wir nicht einstreuen, sondern füttern wahrscheinlich ne, ne, schon einstreuen die Pferdestallkanten, die Pferdestaller werden nicht eingestreut äh da gibt es ja gar kein Haus nein ich glaube nicht also kann, kann sein, klar aber, äh, wird auf jeden Fall eingestreut hör mal zu die brauchen Hafer, Heu, Heupellets und Wasser also Heu oder Heupellets wahrscheinlich ja, Hafer zum Futtern, Heu oder Heupellets zum einstreuen und ich würde ja trotzdem, äh ne, wir haben die, wir haben ja keine, äh, loses Heu dann müsst wir uns ja ein Beinauflöser holen, um die lose, um die mit den Bein einstreuen zu können ne, dann machen wir es mit dem Pellets einfach, das ist einfacher für uns dann der große das ist ja noch ein Auflöser holen dann müssen wir nur einiges ein bisschen verkaufen dann kriegen wir das hin na gut, aber gut zu wissen, würde ich sagen na also immer die 40.000 ne, ne, was, was, was 40.000 für den Hühnerstall, die würde ich zuerst machen ja und dann mal 50.000 für den Pferdstall ok na na du bist gerade so ein bisschen verpackt, du hast den gar nicht, das ist ein Heuballen gerade nicht nehmen, warum kann ich den Heuballen nicht nehmen wo ist der denn achso, der ist da vorne ok äh, hier im Farmlift, diesen Scheißballen jetzt, äh pfff Pfff das ist laut hier er ist auch auf war ich doch das tun werden wir schon wieder ausgeschaltet hier ich hab zu kurzzeitig ausgeschaltet damit ich die beiden ordentlich drauflegen kann ich krieg das besser hin wenn es ausgeschaltet ist die strohpels können wir direkt verkaufen oder ich hab schon zwei ich hab schon zwei eingelagert die karten müssen wieder auslagern das sieht so ein bisserl auf als wäre das hier eine schwerkraft wie im weltall so wie die da rumschweben was fährst du hier mit dem farmlift rum dauert ja ewig kann man die farmlift arbeiten muss hier eingewöhnen aber nicht sehr effizient werden dann produktionslücken erst entstehen genau weißt du woran ich kann irgendwie denke ich weiß nicht wie ich darauf komme aber irgendwie muss ich gerade an meinen an der beziehung sein unser sims 4 projekt denken wie immer wenn wir irgendein projekt eine folge oder sonst was erwähnen natürlich machen wir natürlich ganz immer die arbeit hier das sind wir alles schön mit dem alles schön wenn auf dem hoch auf ihr habt doch zeichnet ein ball bekommen super naja eigentlich ist es ja nur für einen ballen gedacht oder für 23 schon stimmt sicher ich dachte du wolltest dich aus der halle hier raushalten da hast du auch wieder recht aber ich hatte gerade nichts zu tun geh aufs feld kusch wie macht ihr weiter das ist auch ganz gut dass wir ein paar heupelles eingelagert haben so der hat 35 ja also eigentlich könnten wir hier auch einen kurzen cut machen und darauf waren dass irgendwas passiert oder so hat es nichts mit auf dem feld zu tun nö das macht er automatisch wirst du nicht kruppen oder sowas ja das ist natürlich eine idee da müssen wir doch kein cut machen und übrigens der lädt gar nichts mehr über wer lädt nichts mehr über die primos irgendwie ist das verschoben ja ich komme nämlich gleich drum ja das die primos verschoben wird so da gab es einmal einen kleinen aussetzer ich würde sagen wir machen einfach ganz einfach weiter es wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen auf jeden Fall will ich auch so machen so ich kriege jetzt diesen Mauszeiger weil die Meldung da dass der Drescher voll ist also falls ihr euch wundert dass ihr ein bisschen Zeit vergangen ist das lag an einem Problem beziehungsweise dass einer von uns weg musste die Frage ist wer von uns beiden musste weg vielleicht habe ich irgendwie den Hunger verspürt er habe ich nicht und wer ist der andere der währenddessen Transport Fever gespielt hat mh, können wir euch gerne mal anschauen das Projekt werden das wohl nie herausfinden aber heute 95% steht schon frag mich nicht wo ist der denn fern wir gleich mal hin damit der auch mal weiter trischen kann ich versuche jetzt mal sechs Ballen gleichzeitig mitzunehmen Tobi boah so dann laden wir das ganze jetzt mal über ähm jo der Mond wird dann ja wahrscheinlich sehr viel wert sein ich kann gleich mal gucken wo wir den verkaufen können weil einlagern bringt bei dem glaube ich nix aufgrund dessen aufgrund dessen dass ähm am am Hafen wird aufgrund dessen aufgrund dessen dass wir den nicht verwenden können für Tiere oder so so können wir den ja gleich verkaufen aber jetzt reicht es ja noch nicht so daher würde ich sagen lassen wir das erstmal nochmal hier am Feld dran stehen und schauen uns mal nach einem freien Trecker um ja der ist frei und machen Scheibenwäsche aus fahren zum grober rüber das wird auch hier den Trecker wieder in der alten Maschinenhalle eingeparkt ich glaube wir lassen das einfach so weil ich glaube das bringt nix das bringt doch wenig wir gewöhnen sich herum ist ja auch ok so dann fahren wir hier mal fix zum Fell drüber ja ich hab's geschafft ähm die äh Ballen so ich denke so ein strohbein fest wenn die eingezogen werden was ist das denn jetzt hätte ich mir auf zu beschweren auf diesem band schenkt jetzt ein strohbein festen kann ich nicht unternehmen oder wird auch nicht eingezogen weil irgendwie bis schweiße liegt weißt du wie man das macht jetzt kann ich ihn nehmen jetzt kann ich ihn nehmen weißt du wie man so ein problem behebt mit dem anderen strohbein mit den anderen strohbein kannst du den kannst du mit der selbst wenn die vom band fixiert sind kannst du dir bewegen naja ich kann jetzt bewegen graus ist der pelletal was anderes machen ich bin nur kurz vorbeigekommen wegen dem Problem ich hab's doch schon gelöst hat so gesagt jetzt geht da vom Antronter das doch gelöst alles ich gehe ja schon die ja schon ich nehme nur mal ganz kurz die 3000 jenica er macht das städtisch aber auch eine coole trakte jetzt ist es sechs bei einem rüber vor der voraus unternehmen so ein aufwand werdet ihr bei mir bestimmt nicht sehen die fahrt muss sich doch lohnt ob wir ich bin jetzt so in all die einzeln zu fahren meine ich ich würde den autodoll anhänger nehmen und bringt doch nicht so ein bisschen realismus sollte schon dabei sein und kann ja nicht alles nur aus dem steg greifen nehmen von taktiken also so ich mache mal so und so das ganze wird schon klappen so da fährt der dicke grubber aus so wie voll ist denn der drescher irgendwie lohnt sich das nicht ganz so also es kommt nicht viel raus ich weiß nicht es ist irgendwie anders als bei den anderen bin mir da jetzt gar nicht so sicher wo ist meine maus da um m jetzt bist du auch wo das dann näher kommt hast du keinen thumb mehr gemacht oder wie naja ah ok der fährt jetzt hier zwei bahn ach so um es auszugleichen klar dann kann ich den ja hier schon mal rüberfahren ich bin so witzig wie der johnny hält immer so hoch schaltet hier die gänge die dd die dd die dd die diese trax lokomotive so machen die trax lokomotiven ja wenn ihr doch das lieben sehen wollte hatte ich vorhin schon mal erwähnt transport fieber 2 könnt ihr gerne rein schauen auch wie oft willst du das noch verlinken jetzt auch wenn es keine trax lokomotiven in diesem projekt gibt weil die in dem bezug den ich realist realitätsnah nachbaue keine trax lokomotiven gibt was sind denn das erklär mal kurz das ist naja es ist eine trax lokomotive es ist eine ähm ähm also die hersteller benennen ja ihre lokomotiven und triebwagen anders als die deutsche bahn die begibt ja die baureihen raus und ich weiß gar nicht wer ist noch mal der hersteller von den trax lokomotiven trax lokomotiven es ist eine reihe von lokomotiven da gibt es diese lokomotiven und unterschiedliche elektro lokomotiven für güter und personenverkehr äh ich bin gerade nicht sicher entweder siemens oder bombardier und einer von den beiden werden das auf jeden fall hersteller und ja und die macht ja bei diesen speziellen dödö 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 sound also für dresdner s1 fahren die ab und zu mal aber auch die s12 genauso wie auf alle anderen dresdner s-bahn 143 und mit doppelstockwagen was hältst du wenn ich einen wagenladung hafer verkaufe wir haben 120.000 liter wagenladung hafer kannst verticken das nicht problem das kannst du mal beim bahnhof können wir mal gucken wo der ist haben wir denn den bahnhof da kann es ja keine zuglinie gibt noch zur röchung mit dem fahrt die nächsten sechs ballen ab besucht dass es nicht voll wird ich auch schon drauf ich habe die gesamte fabrik im auge die 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 ach ne jetzt hat der dresdner durchdrehend reifen warum denn daher warum haben sie denn den abfahrer gerammt auf dem weg ist das wundert mich nicht oder lass meinen trecker in ruhe war warum hält denn der nicht an war röger der gott röger der gott der gott der gott jetzt ist es fließt wird einfach zu den beiden runter wirft und wird sich drei mieter neben dem fließband liegt nie normalerweise Prozent verkrankte der mieter und ob man sich zu lange verhandelt hat geschmeißt du so den beiden auch weg nötig das habe ich nicht man liegt drei Meter vom fließband entfernt nachher fahr'n wir mal in den drescher ran und tanken den mal ab das sollte er auch eigentlich anhalten ja prima können wir mit ihm hier weiterfahren machen wir die karte auf sonst verpasse ich wieder eine abfahrt ja und fahren in dem schönen sonnenuntergang hier auf der nordfriesischen marsch dem ende dieser folge entgegen denn das war es auch schon wieder mit der 22. folge hier im ls 19 ja bis zum nächsten mal ne tschüss 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 tschüss